Es ist traurige Realität, der Mainzer Rosenmontagszug musste abgesagt werden. Der Deutsche Wetterdienst hatte Windgeschwindigkeiten von bis zu 100 Stundenkilometern vorausgesagt. Zu viel, um einen gefahrlosen Ablauf gewährleisten zu können. Der Mainzer Karnevalverein sagte am Vortag ab, die Straßen in Mainz blieben am Montag leer. Der Düsseldorfer Karneval mit schwerem Herzen hat das neu gewählte CC diesen Zug absagen müssen. Betriebene Minen auch im Hauptquartier der Zugleitung in der Goethe-Schule. Wir tragen die Entscheidung, ich trage sie mit, wir haben sie gemeinsam gefällt. Und ich bin auch der Meinung, trotz des Wetters, was im Moment in Mainz herrscht, nämlich relative Ruhe, dass bei den Prognosen, die wir jetzt auch noch haben, es richtig ist. Man sieht ja auch, die anderen haben auch abgesagt, Düsseldorf hat jetzt abgesagt, Trier. Ich denke, es war eine richtige Entscheidung. Die Schwellköpfe verschwinden wieder im Lager und der MCV bleibt auf Bergen von Bonbons sitzen. Die Absage hat aber auch finanzielle Einbußen zufolge. Also wir haben eine Versicherung in diesem Jahr zum allerersten Mal, aber gegen Terror und nicht gegen Wetterphänomen. Das heißt, wir werden große finanzielle Einbußen haben und das heißt, dass wir natürlich auch gerade über das Thema Genossenschaft, was ja in den letzten Jahren in Mainz so aufgekommen ist, eine Beteiligung aller am Zug in irgendeiner Form auch noch mal sehr stark unter Druck sind nachzudenken. Wenigstens sorgen die leeren Mainzer Straßen bei den MCV-Verantwortlichen für Galgenhumor. Immerhin!